Musik Dein Tag, Dini, kannst du bitte immer so bleiben wie du jetzt bist? Schaust du die anderen statt sich im Klob in deinem Alter? Aber du bist das Gegenteil. Wer weiß, wie du also sein wirst, wenn man die anderen sich entwickelt hat. Wer weiß noch mal, vielleicht werde ich ja Gartner sein. Glaubst du, da kommt noch was? Ich weiß nicht. Dann auch. Wenn ich mal Kinder habe, dann lasse ich die aufwachsen wie das Unkraut in unserem Garten. Ernsthaft, wozu sind wir auf der Welt? Wozu gehen wir in die Schule?